Betankungsüberfall. Herrschaft. Wieder mal bei der IMC. Wir spielen nach wie vor Titanfall den Kampagne-Modus. Im All ist Treibstoff alles und der Miliz geht er langsam aus. Nur sieben Planeten im Juma-System können eine Flotte dieser Größe betanken. Das ist einer davon. Wir haben Geschütze wie dieses installiert, für den Fall, dass uns die Miliz einen Besuch abstattet. Hier ist Charlie und hier Bravo. Bravo, Lagebewegung. Beschützt online und einsatzbereit, Sir. Vice Admiral Crane, für drei Meldes-Punkt-Signaturen in drei Klicks entfernung. Blisk, Riggs soll sein Spawner-Deck schaffen. Schnell! Ja, unsere Truppen stehen an Sammelpunkt Alpha bereits. Piloten, Sie haben heute die Chance, dem Grenzland Frieden zu bringen. Nutzen Sie sie! Das ist selbstverständlich. Piloten, sichern Sie die Hardpoint. Alpha, Bravo und Charlie. Der Rest kommt mit mehr. Wir müssen die Hardpoint sichern und alles Heinde ausschalten. Vorwärts! Achtung an alle Einheiten. Das ist ein Hardpoint-Einsatz. Kontrollieren Sie möglichst viele Hardpoints. Schalten Sie mein Team aus dem Raum und überlassen Sie den Rest uns. Unn schönere Optik. Unn schönere Optik. Die Verbindung ist weg. Sie müssen näher an das Terminal ran. Abschaltung der Treibstoffpumpen bei 25 Prozent. Abschaltung der Treibstoffpumpen bei 75 Prozent. Wir haben Alpha verloren. Die Lohen. Dieser Aßbäunen gehört uns, aber der Feind rückt bereits vor. Beschützen Sie das Terminal. Level 22 und hier ist doch irgendwie schon mal ein Ding. Treibt er sich denn rum? Die KI ist ja auch bescheuert. Da muss doch auch woher sein. Pilot, die enthalten es in 30 Sekunden einsatzbereit. Pilot, ihr Titan ist in 15 Sekunden einsatzbereit. Sie nähern sich Charlie. Feindkontakt möglich. Wir haben Alpha verloren. Die Titan ist ablaufbereit. An alle, die Geleason liegt in Führung. Aber noch können wir den Spieß umdrehen. Tun Sie das gefälligst. Blizz Kraut. So, jetzt sieht man schon neutralisiert. Jemand muss an das Terminal und es überbrücken. Abschaltung der Treibstoffpumpen bei 75 Prozent. Geschützsystemaktivierung bei 50 Prozent. Okay, wir haben Huntpoint Charlie. Fehlen noch Alpha und Bravo für maximale Feuerkraft. Los, schalten Sie mich auf die Hälfte. Was haben die schon Alpha und Bravo? Meine Jüte, ist hier doch auch schnell. Ah, hat er mich doch neu gesehen. An alle Einheißen. Die Belize baut ihre Führung aus. Zeigt euch gefälligst an. Sehr gut, Piloten. Rumpfintegrität der Radar ist bei 75 Prozent und sinkt weiter. Titan online. Warte auf Ihr Signal. Charlie steht unter Beschuss. Lohn, Sie nähern sich, Bravo. Feindkontakt möglich. Wir haben Charlie verloren. Abschaltung der Treibstoffpumpen bei 25 Prozent. Abschaltung der Treibstoffpumpen bei 75 Prozent. Okay. Hardpoint gesichert. Aber der Feind nähert sich. Stellung halten und Hardpoint verteidigen. Die Geteiltung ist ab und bereit. Was auf Ihr Signal. Na, was machen die KI-Viecher hier? Die schießen nur? Ja, auch nicht. Nee. Äh, das ist ja Wahnsinn. Die Karte prüfen, Sie nähern sich, Hachmann-Bravo. Hachmann-Bravo unter Beschuss. Aufsieken! Warnung, schwere Schäden gemeldet. Da ist Bravo verloren. Bravo, schwer zu Bravo, falsch verkackt. An alle Einheiten. Geschütze bei Charlie sind online. Die Red-Eyes unter schwerer Beschuss. Achtung. Wir erlassen euch mit dem 2-Minuten-Einsatzbereich. Wir machen Fortschritt. Wer aber noch liegt die Milizienführung? Reicht euch zusammen, Piloten! Guck mal, es geht noch keine Idee, die schießt auch zurück. Ja, aber... Der eine KI, die hat das schießende Anseln ab. Ach so, wir regen vorne, Piloten. Weiter, weiter, so. Und, wenn Sie nicht, wenn der Red-Eyes jetzt bei 15 Prozent. Oh, 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 oh. Die Erlasten-Einsatz-Einsatz-Gast. Was auch hier bekleidet. Arsch auf. Die Geschütze dieses Hardpoints Die Geschütze dieses Hardpoints An alle Einheiten Wir bauen unseren Vorsprung auf die Miliz aus Gute Arbeit da unten, weiter so Die Geschütze dieses Hardpoints Die Geschütze dieses Hardpoints Die Geschütze dieses Hardpoints Die Geschütze dieses Hardpoints Was ist das? Was ist das? Achtung an alle Einheiten Die Geschütze auf Alpha sind online Die Red Eye nimmt schweren Schaden An alle Einheiten Die Miliz ist im Vorteil und der Kampf ist fast vorbei Wir müssen das Flach fest Die Geschütze eines Hardpoints Die Helden Die Helden Die Helden Die Helden Das sind die Helden Die Helden An alle Einheiten, die Milit baut ihre Führung aus. Strengt euch gefälligst an. Verlustiniert sich, bravo. Feindkontakt möglich. An alle Einheiten, geschützt bei Charlie die Dornline. Die Red Eye ist unter schweren Beschuss. Huuuuh. Klappe Sache. An alle. Missionen abbrechen. Wiederhole. Missionen abbrechen. Was? Wieso? Wir waren im Vorsprung, jetzt haben wir doch noch verloren. Oh ne, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ah, das ist jetzt echt nicht wahr. Zippelaren, die jetzt wofürten Titan ist jetzt so. Ha, wir haben nicht mal die Hälfte ihrer Flotte zerstört. 54 Schiffe, das war's. Wie viele davon waren Zivilschiffe? Die Zivilisten von heute sind morgen Rebellen, Sir. Was soll ich jetzt machen? Warten? Beginnen Sie mit der Suche und finden Sie diese Flotte. Graves out. Merkungschiff eingetroffen. Evakuierung einleiten. Geschafft. Und entkommen. So, weiter Fuß weg. Wahnsinn, wieder die höchste Punktseue. Neun Kills sind trotzdem verloren. Ne, das ist ja... Puh, 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 puh. Was soll man dazu noch sagen? So, wenn wir mal die Punktewertung anschauen, dann sehen wir uns im nächsten Match wieder. ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist eine Bedrohung. Wir brauchen noch drei Paletten Specters. Das ist eine Bedrohung. 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 so Das ist der Fall von vorn und von hinten. Schauen wir doch jetzt, dass das Teichnuss vorbei ist. Ein Pilot eliminiert. Der Pilot hat keine Chance. Verbündeter Pilot ausgestiegen. Oh! Dörde ich dann. Der Satz-Teichen ist in 15 Sekunden einfach vorbei. Der Satz-Teichen online. Du wirst auch hier weg sein. Oh! Ich hab noch ein Fragment abgefangen. Nur Sprache. Wir müssen uns zurückziehen. Allemann zurück zum Telger. Die Olicy ist unser einziges Stumpf. Die Stimme, Sir. Die Stimme eines Toten. Finden Sie raus, wo Sie herkommen. Die Stimme, wir müssen uns wegziehen. Das sind die Gemüse des volontaries. Das sind die Schlag-Titel. Du wirst auch zuwösen. Die Stimme, die Stimme, die Stimme, die Stimme haben. Die Stimme waren ein langer Gerät. Die Stimme war. An alle Einheiten. Wir bauen unseren Vorsprung auf die Milizen aus. Gute Arbeit auf uns. Weitersaufen. Weitere Teilung. Warnung. Schwere Schäden gemeldet. Weitere Teilung. Echt? Sir, der Sender benutzt eine unbekannte Verschlüsselung. Ich brauche mehr Zeit, um seine Position zu berechnen. In Ordnung. Please, stellen Sie die Kolonie auf den Kopf, falls Sie... Wer ist der Kern? Der heißt James McAllen. War mal IMC Commander. Gesucht wegen Meuterei. Finden Sie! Oh, da war ja noch einer. Milizenat. KI. Unser KI mal so schlau wär, ey. Nein. Wir sind immer noch vorne, Piloten, aber die Miliz holt auf. Dieses Park darf nicht an uns vorbeiziehen. Kato. Hier der Landkreis mit den 2 Minuten Einsatz. 6-6 an alle. Wir liegen in Führung, aber es ist eng. Bleiben Sie dran, dann gewinnen wir die Schlacht. 5-6 an alle. 4-6 an alle. Wir führen uns weiter. Wenn wir ein 7-8-5 an alle. Was ist das? Achtung! Die Ersatzung ist vorbei. Peloton, jagen Sie die Miliz bis zu Ihrem Evakuierungspunkt. Ich dechiffriere weiter die abgefangene Übertragung. Wenn da noch mehr Terroristen sind, haben wir sie bald. White Admiral Braves, ich habe die Übertragung. Schaltet sie drauf. Wir wollten euren Krieg richtiger an vor unsere Tür betragen. Das war ein Massaker an Zivilisten. Spryglas, an den Kanal öffnen. Jawohl, Sir. Kanal ist offen, White Admiral. Sie hätten wegbleiben sollen, Mac Aron. Graves, immer noch auf der falschen Seite, was? Wir sind Soldaten, Mac. Es ist naiv, das Aussetzen zu wollen. Wer ist hier naiv, Elinda Hurensohn? Oh, shit. Wir wollen es. 14 PvP-Gegner. Wir wollen bloß für vier gegen sechs. Wahnsinn. Das war wieder einmal eine schöne Runde. Und dann sehen wir uns auch gleich, und das ist noch eine Runde wieder. Was? Was? Oh. Was? Bis zum nächsten Mal.